Herzlich willkommen ihr Lieben zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Müller und wir haben heute wieder eine Q&A mit einer Frage von Claudia. Ich freue mich sehr, dass das hier so gut funktioniert mit euch, denn ihr schickt mir eure Voice-Messages via WhatsApp und wir schneiden es hier in den Podcast und ich antworte darauf. Das macht viel mehr Spaß, als wenn ich irgendwelche Fragen vorlese. Von dem her also ein großes Dankeschön an dich Claudia und natürlich an alle, die schon sich beteiligt haben und immer weiter beteiligen und an die, die jetzt in diesem Moment den Mut haben, die Voice an mich zu schicken. Wenn ihr mitmachen wollt, hier in dieser Q&A, ich beantworte fast jeden Tag eine Frage zum Thema Personal Branding von euch und ihr könnt eure Frage gerne per Voice, per WhatsApp an mich schicken und das Ganze funktioniert, indem ihr auf markenrebell.de geht, unten rechts den Button WhatsApp findet, dort drauf klickt und dann kommt ihr direkt bei mir raus und könnt mir eure Voice schicken. Ich freue mich sehr drauf, das macht euch für mich sichtbar und hörbar. Also ihr seid quasi mein Mikrokosmos, mein Mikropodcast. Und apropos Podcast, bevor wir jetzt die Frage hier einspielen von Claudia, noch ein kleiner Hinweis, vielleicht hört sich der Ton gerade ein bisschen anders an, denn ich verwende gerade ein ganz anderes Mikrofon. Ich bin ja immer wieder geneigt, die Technologien zu untersuchen, die so gerade auf dem Markt sind und Sony hat zwei neue Mikros auf den Markt gebracht, einmal so ein richtig riesiges professionelles Mikro, ist allerdings noch nicht angekommen. Per Post werde ich euch aber noch berichten, dass das Sony PCM-D10, wenn ich es richtig im Kopf habe, und das, was ich jetzt in der Hand habe, ist so winzig klein, unfassbar und ihr könnt euch jetzt von dem Sound einfach auch nochmal selbst ein Ohr holen und euch eine Meinung bilden. Das ist das Sony PCM-A10, also das Kleine ist das A10, das Große ist das D10. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, denn ich bin ja auch mit Katie immer wieder unterwegs und dann ist die große Frage, wer nimmt jetzt diese Podcast-Tasche mit und wenn das hier in der entsprechenden Qualität, das schaue ich mir gleich in der Post-Production an, wirklich funktioniert, dann ist das sensationell, weil dann hat man irgendwie ein Kabel und dieses super winzig kleine Mikrofon mit der Qualität, das ist überragend. Vielleicht ganz kurz zu dem Mikro, ich kann es jetzt nicht so arg bewegen oder meine Hand bewegen, weil man hört natürlich die Griffgeräusche an so einem kleinen Gerät, das ist natürlich völlig klar, aber die Verarbeitung und auch das Gewicht ist so schön, es liegt so schön in der Hand, dass es wirklich auch ein wertiges Mikrofon ist. Und das Besondere ist, das hat ein eingebautes Mikrofon, also so ein XY-Mikrofon und man kann das einmal, kann man die beiden Kapseln nach innen neigen, dann sind die quasi so überkreuzt, man kann sie gerade richten, also wenn ich jetzt so eine Soloshow wie jetzt mache, dann kann ich die Kapseln gerade richten und ich kann sie auch nach außen richten, was sensationell ist für Interviews. Ja, dann hat jeder quasi so eine Kapsel vor sich und man hält das so zwischen die beiden Interviewpartner und dann sollte das auch funktionieren. Das werde ich natürlich auch mal ausprobieren. Perfekt für Reisen, perfekt für einfach mal dabei haben, weil es einfach wirklich kein Gewicht hat, passt in jede Sakkotasche oder jede Hosentasche, also es ist wirklich sensationell, was hier technologisch alles möglich ist. Ich habe da eine Speicherkarte drin, da wird das Ganze gespeichert. Ich nehme jetzt mit 96 Kilohertz und 24 Bit auf, also die höchste Auflösung, die das Gerät kann, um einfach mal zu schauen, was da am Ende wirklich bei rauskommt. So, lange Rede, kurzer Sinn, also das kleinste Podcaststudio der Welt haben wir heute vorgestellt und ihr könnt es gerne mal ausprobieren, vielleicht habt ihr irgendwo eine Möglichkeit in einem Laden, wobei es das jetzt in Deutschland noch nicht so oft gibt, also ich habe es über Konrad bestellt tatsächlich, ohne jetzt hier Konrad als Werbepartner zu haben, aber das waren die einzigen, die es liefern konnten. Ich wollte es unbedingt ausprobieren und ihr seid jetzt hier live dabei. So, wir spielen jetzt die Frage von Claudia ein, dann gibt es die gewohnte Unterbrechung mit einem kleinen Jingle als Intro und dann geht es los hier. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Hallo Norman, hier ist die Claudia Steitle. Ja, ich saß gerade hier bei den Mathehausaufgaben von meiner Jüngsten und dann sind die Gedanken so geschweift an diesen Aufruf, den ich von dir vor gelesen habe, dass man seine Frage für deinen Podcast einsenden darf. Und jetzt habe ich mir gedacht, das mache ich doch jetzt, nachdem ich das Thema mit den Mathehausaufgaben endlich glücklich hinter mich gebracht habe. Denn diesen Spagat, den man als Mama und als Selbstständige macht, um allem gerecht zu werden, den finde ich an manchen Tagen wirklich riesig. Und manchmal denke ich mir, ich möchte gerne wissen, wie das die anderen denn so regeln. Also ich liebe das. Ich bin Mama von vier Mädels und bin seit 20 Jahren selbstständig, früher in der Ernährungsberatung und seit zwölf Jahren im Empfehlungsmarketing. Und ich bin mega dankbar, dass mir diese Chance vor zwölf Jahren wirklich ins Leben kam. Denn das ist einfach ein Business, was für uns als Familie absolut familientauglich war. Und ich bin auch so happy darüber, was das mit mir, mit uns als Paar und mit uns als Familie gemacht hat. Denn diese Persönlichkeitsentwicklung, die man da einfach mitmachen darf, die ist unbezahlbar. Und ja, allen, die denken, Empfehlungsmarketing, das geht ganz schnell, man wird ganz schnell erfolgreich, die kann nicht aus eigener Erfahrung raus, muss ich euch leider enttäuschen, denn es braucht einfach seine Zeit. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass je nachdem, wie die Persönlichkeit sich entwickelt, wächst auch das Einkommen. Ja, und wir sind jetzt gerade an einem Punkt, wo wir uns einfach neu ausrichten und ein weiteres Business aufbauen wollen. Und es gibt so viel, was man ja aus eigenen Erfahrungen, aus dem, was man lernen durfte, weitergeben möchte und kann. Und jetzt kommt meine Frage. Wie schafft man das in seinem Alltag, der ja ganz viele Alltagsherausforderungen hat, wie ich gerade schon gesagt habe, Hausaufgabenbetreuung, gesunde und leckere Gerichte auf den Tisch bringen, Mama-Taxi zu sein, den Haushalt zu managen, die Kinder und die Vereine zu organisieren und dann nebenbei oder gerade hauptberuflich noch ein Business weiter ausbauen und aufbauen. Denn ich habe für mich erkannt, meine Hauptaufgabe ist ja auch, meinen Kindern einfach vorzuleben, vor allem unseren vier Töchtern, dass sie auch als Frauen später alle Türen offen haben und alles erreichen können, was sie in ihrem Leben erreichen möchten. Ja, und jetzt kommt die Frage. Wie schafft ihr das in eurem Alltag, mit den unterschiedlichsten Herausforderungen für euch, Klarheit zu finden, eure Berufung zu finden, eure Hauptmessage zu finden? Das ist gerade meine Herausforderung und ich freue mich auf die Antwort. Der Markenrebell-Podcast Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller Vielen Dank, Claudia, nochmal an dieser Stelle für deine Frage. Das ist natürlich eine Frage, die uns oft gestellt wird. Also sobald man erfährt, dass wir hier mit fünf Kindern unter einem Dach leben und zwei Unternehmen haben, die wir parallel führen, dann ist natürlich sofort die Frage, hey, wie macht ihr das eigentlich? Und wir haben von der Altersklasse alles dabei, also die Anna ist 15 Monate, der Ben ist jetzt sechs Jahre geworden, die Johanna ist zwölf, der Anton ist 14 und die Vanessa wird jetzt 20. Also wir haben von allem was dabei. Ich finde es eine schöne Staffel, also man kann sich da gut untereinander helfen und kann mit den Kids auch dahingehend super interagieren. Es sind also nicht mal alle so klein. Und die große Herausforderung ist natürlich neben dem ganzen Thema, wie kommen die Kinder in die Schule, dann hast du eine Schulaufführung und dann hast du nicht nur eine Schulaufführung, sondern es sind ja alle in der Schule bis auf zwei. Der Ben wird dann jetzt, die ist ja eingeschult. Und da bist du schon gut unterwegs. Elternabende, wir kennen das Spiel. Und wenn ich das reflektiere und sage, okay, wie ist unser Alltag, dann ist unser Alltag mehr oder weniger gut organisiert. Also unser Business muss auf Halbautomatik laufen, anders geht das gar nicht. Also das heißt, wir kümmern uns immer wieder, also eigentlich kümmere ich mich um diese Prozesse, das hat viel mit Technologie zu tun, also welche Apps setzen wir ein, wie können wir einen Prozess besser gestalten, der sehr aufwendig ist. Das fängt bei der Terminierung an, über das Projektmanagement, über Beratung, über Customer Relationship Management, über das Entwickeln von irgendwelchen neuen Produkten und so weiter. Also das sind alles Teilprozesse, die bei uns teilweise vollautomatisch, teilweise halbautomatisch laufen. Anders würde das gar nicht gehen. Das heißt, wir arbeiten in vier Stunden so viel vielleicht wie jemand in sechs bis acht Stunden, weil wir einfach super schnell sind. Also eine Podcast-Produktion, so wie wir das hier machen, das darf in der Post-Production nicht länger als zehn Minuten dauern. Eine kurze Unterbrechung an dieser Stelle in eigener Sache und ich freue mich wirklich riesig, denn ab sofort kannst du dich in die Personal Branding Masterclass einschreiben. Diese Masterclass richtet sich ganz speziell an Unternehmer und Unternehmerinnen, die sich eine Eigenmarke, also eine Personal Brand aufbauen und mit einem residualen Einkommen, viele sagen auch passiven Einkommen, ihr Business skalieren wollen. Ich habe ein Neun-Wochen-Programm entwickelt. In diesen neun Wochen gehe ich jedem einzelnen Teilnehmer einmal die Woche so richtig auf die Nerven. Das heißt, es wird Einzel-Mentorings mit mir geben. Wir werden Live-Webinare zum Thema Podcasting haben, beispielsweise, wir werden Arbeitsunterlagen und Checklisten haben, Ratgeber als E-Books. Es wird eine VIP-Facebook-Gruppe geben. Es gibt mehrere Masterclass-Online-Meetings. Bei mir ist einfach wichtig, dass die Leute, die in der Masterclass drin sind, quasi eine Peer-Group bilden und dass ihr euch untereinander helfen könnt. Das ist extrem wichtig für uns Unternehmer, dass wir so eine Gemeinschaft haben, in der wir wachsen können. Wenn euch das Thema interessiert, geht bitte ins Internet unter markenrebell.de slash personal minus branding minus masterclass. Den Link findet ihr natürlich auch wie gewohnt in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und jetzt geht es weiter hier. Viel Spaß. Und mit diesem Anspruch gehen wir an die Sache ran, um euch wertvollen Content zu liefern und um einfach nicht so viel Zeit zu verlieren, indem man sich da irgendwie verkünstelt und das Ganze einfach auf ein Level bringt, in dem es einfach nicht notwendig ist, zu kommunizieren. Das heißt, das große Geheimnis ist natürlich die Kommunikation untereinander und natürlich auch, dass das zwischen beiden Partnern, so wie zwischen Katharina und mir, wirklich einfach auch so smart läuft. Das ist natürlich keine Selbstverständlichkeit und wir sind sehr dankbar dafür, dass wir das so gut miteinander können, wobei auch nicht jeder Tag Sonnenschein ist. Also wir haben natürlich auch unsere Tage, wo wir einen echten Overload haben, wo es dann wirklich dann gar nicht mehr geht. Und unsere Devise ist dann, wenn es dann wirklich gar nicht mehr geht, wirklich auch abzuhauen. Wir haben so ein Lieblingshotel in Kitzbühel. Da sind wir dann regelmäßig, weil wir da alles kennen, weil wir wissen, was uns erwartet, weil die Leute einfach genial sind und wir da großen Spaß haben. Und dann müssen wir einfach eine Woche abhauen. Das ist so unsere Regeneration und vor allen Dingen auch mal was anderes sehen. Gerade so in den Wintermonaten, wo alles so grau ist, ist es jetzt auch nicht viel grüner in Kitzbühel, aber es ist auf jeden Fall mal ein Tapetenwechsel. Und das ist auch wichtig. Ich glaube, Partnerschaften funktionieren dann, vor allen Dingen, wenn man zusammen ein Business hat, wenn die Aufgaben klar geregelt sind und wenn auch die Pausen klar geregelt sind. Da ist zugegebenermaßen Katharina viel besser drauf als ich, weil ich bin so einer, ich hustle dann auch mal durch oder mache dann mal eine Nacht durch und wundere mich dann, warum das irgendwie mit der Performance dann nicht mehr so gut klappt. Und die Katharina holt mich dann immer wieder ganz gut auf den Boden und sagt, hey, das muss jetzt nicht sein. Oder dann reflektiert man wieder und sagt, okay, jetzt muss ich mal einen Gang runterschalten. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass man sich da nicht nur im Business ergänzt, sondern dass man auch im Privaten sich da gegenseitig so vertraut und sagen kann, okay, du hast recht, jetzt nehmen wir mal das Gas ein bisschen weg und entschleunigen. Im beruflichen Kontext sind wir ganz klar von den Aufgaben aufgeteilt. Und das finde ich auch extrem wichtig, gerade wenn man in der Führung eines Unternehmens zu zweit oder noch mehr Leute ist, dann ist es natürlich extrem wichtig, dass man die Aufgaben gut verteilt. Weil das hat man natürlich sehr oft, dass es Aufgabenüberschneidung gibt und dann gibt es die Diskussion, warum darf der eine das entscheiden und der andere nicht. Und das haben wir von Anfang an klar geregelt. Also vielleicht noch ein kleines Beispiel. Mein Part ist das ganze Thema Technik, also unsere Infrastruktur, die wir hier aufbauen und weiterentwickeln und pflegen. Ob das jetzt Website ist, unsere Member-Bereiche sind, digitale Produkte sind, soziale Netzwerke sind und so weiter und so fort. Die ganzen technischen Prozesse, die uns helfen, ob das jetzt die Buchhaltung ist, das Customer Relationship Management ist und so weiter und so fort. Also alles das, wofür wir Software einfach einsetzen. Und ich bin da auch rigoros, schmeiß Technologien raus, die einfach nicht mehr funktionieren und schaue einfach, welche neuen Technologien sind vielleicht gerade am Markt oder was hat sich gerade weiterentwickelt, was kann man noch besser integrieren, sodass unsere Software-Applikationen, die wir einsetzen, alle miteinander korrespondieren. Das ist eben wichtig. Und nebenher haben wir natürlich noch unser Beratungsgeschäft. Katharina und ich entwickeln zusammen die digitalen Produkte. Die Katharina hat natürlich ihr Coaching-Business noch und ihre Speakings noch und jetzt schreibt sie gerade an ihrem Buch und so weiter. Und so haben wir einfach ganz viele Projekte, die wir uns ausgesucht haben und priorisiert haben. Auch das ist ein wichtiger Hack, dass man hergeht und sagt, okay, man kann natürlich 20 Projekte machen, aber dann sind das eher so Halbherzigkeiten. Und was uns immer wichtig ist, einfach zu sagen, was sind unsere drei wichtigsten Projekte, die wir angehen wollen. Und darauf setzen wir dann einfach auch unseren Fokus. Und uns da gegenseitig auch zu disziplinieren und zu sagen, hey, die Idee, die du gerade hast, ist super cool, aber wir schaffen es gerade einfach nicht. Also wir kriegen es gerade einfach nicht rein. Aber dann terminieren wir das für zwei, drei Monate später und gucken, ob es dann besser passt oder ob sich diese Idee vielleicht auch so ein bisschen aufgelöst hat, dass sie gar nicht mehr so viel Gewicht hat. Aber ich glaube, wichtig ist, diese Ideen zu sammeln. Also das machen wir regelmäßig, dass wir nicht irgendwie uns das an den Kopf werfen und das einfach nur so lieblos verschieben, sondern dass wir da wirklich so einen Ideenpool haben, auf den wir zurückgreifen können. Wenn wir mal sagen, uns fehlt jetzt noch so ein Impuls, was kann man denn jetzt Neues machen und so weiter, dann können wir darauf zurückgreifen. Was uns riesig Spaß macht, ist, Produkte zu entwickeln, die für unsere Communities einfach einen großen Mehrwert haben. Also wo wir einfach dann auch die Feedbacks bekommen und sagen, hey, ob das jetzt damals der Mindshift-Podcast war, den die Leute lieben, oder ob das jetzt unsere The Process Masterclass ist, wo wir uns tierisch drauf freuen, mit den Leuten zu arbeiten. Am 1.5. geht es los. Übrigens hier noch ein kleiner Hinweis, wir haben noch drei Plätze frei. Also wer da Lust hat, bitte unbedingt bewerben, dass ihr hier noch mit aufgenommen werdet. Ansonsten, wenn die Plätze frei sind, dann kommt ihr automatisch auf eine Warteliste für nächstes Jahr oder falls jemand abspringt, dass man da noch nachrücken kann. Also unbedingt eure Bewerbung noch reinschicken. Vielleicht berichte ich einfach mal, wie so ein Tag ist, der so gar nicht funktioniert. Also es gibt tatsächlich Tage, an denen nimmst du dir vor und sagst, okay, ich arbeite in der Regel vormittags und will nachmittags die Kinder sehen, will mit denen spielen, was sie unternehmen, auch mit der Katharina zusammen. Die Katharina arbeitet dann eher am Nachmittag oder wir unternehmen einfach was. Und dann kommen natürlich auch Tage und das ist ja völlig klar, kennt jeder, der eine Familie hat. Die Kinder werden krank. Der Ben will nicht in den Kindergarten oder sonst irgendwas. Und dann ist natürlich die ganze Planung, die man so super souverän einen Tag vorher aufgestellt hat, ist dann natürlich für einen Eimer. Und man muss durchaus auch mal Leute anrufen und sagen, hey, dieser Termin heute kann einfach nicht stattfinden. Und das ist mir persönlich einfach auch wichtig, dass die Familie da an erster Stelle steht. Und ich bin immer wieder begeistert, muss man wirklich sagen, wie viele Menschen dann natürlich auch dafür Verständnis haben. Das ist halt einfach ein Unterschied, ob man mit einem Unternehmen arbeitet oder mit jemandem arbeitet, der im Familienverbund agiert. und es hat alles seine Vorteile und auch seine Nachteile. Aber das war noch nie ein Problem, dass man so einen Tag dann halt einfach umstrukturieren musste oder verschiedene Termine einfach in den Nachmittag verschieben musste. Also was ich damit sagen möchte ist, die Planung ist wichtig, gut, aber sie ist natürlich nie die Regel. Es ist immer eher so, dass es anders kommt. Was hilft uns noch das Ganze? Also ich glaube, das Geheimnis ist einfach Kommunikation und die gegenseitige Wertschätzung. Also die Wertschätzung der mütterlichen Rolle und auch der väterlichen Rolle. Ich denke, das ist einfach ein wichtiger Punkt, dass beide Partner auch gesehen werden vom jeweils anderen Partner. Und dass jeder sich auch die Zeiträume nimmt. Das ist auch so ein größeres Training für mich. Die Zeiträume nimmt, um für sich einfach was zu tun. Ob das jetzt in eine Badewanne gehen oder zum Sport gehen ist oder mit Freunden was zu unternehmen oder sonst irgendwas. Einfach mal für sich. Es war jetzt mit Anna jetzt nicht wirklich möglich in den letzten 15 Monaten, aber so langsam kommen wir in die Zeitzone rein, wo Katharina und ich uns tierisch freuen, einfach mal wieder ins Kino zu gehen zusammen oder mal was essen zu gehen. Da helfen uns natürlich auch die anderen zwei Papas. Also einen lieben Gruß an Timo und Flo, die einfach hier zur Familie dazugehören und wir vier Erwachsenen das einfach auch super gemanagt kriegen, sodass auch Auszeiten möglich sind. Das ist natürlich ein großes Geschenk, weil ja unsere Eltern oder die Großeltern der Kinder jetzt nicht in unmittelbarer Nähe sind. Also so können wir uns wunderbar auch mal aushelfen. Wenn ein Tier zum Tierarzt muss, muss das ja auch irgendwie erledigt werden. Also das ist eigentlich eine Frage der Organisation und Planung und natürlich auch der Disziplin. Also es gibt natürlich durchaus auch die eine oder andere Nachtschicht, ist ja klar, da bleibt natürlich am Tag viel liegen, was man dann gegebenenfalls nachts oder morgens abarbeitet. Und je nachdem, wie ich drauf bin, mache ich das dann in der Regel nachts, weil ich das morgens einfach da nicht so gut auf die Reihe kriege. Das ist dann eher so eine Nachtschicht, so ein Thema Buchhaltung, steuerliche Themen, Finanzplanungsthemen, Angebote verschicken, E-Mails beantworten und so weiter. Das ist dann einfach mal so ein, zwei, drei Stunden so vor sich hin hasseln und das dann abarbeiten. Was ich auch sehr wichtig finde, ist gerade im Family Business, was wir hier führen, sind die gemeinsamen Zeiten der Kreativität. Dass es nicht nur dieses Abarbeiten ist, sondern das ist auch dieses, wir nehmen uns ganz bewusst Zeit, um neue Produkte zu kreieren oder neuen Content zu kreieren. Ich freue mich immer riesig, auch für Katharina, das ist natürlich ein tolles Erlebnis immer wieder, wenn wir zusammen eine Podcast-Folge für den Mindshift-Podcast oder auch für den Markenrebell-Podcast aufnehmen. Also das sind einfach für uns so Highlights, dass wir uns dann natürlich auf die Reaktion der Communities freuen und immer ganz neugierig sind und sagen, okay, jetzt sind wir mal gespannt, was sie zu dem Thema sagen. Also wir forschen dann ja auch. Wir wollen ja wissen, was dir gefällt, der du da jetzt gerade zuhörst. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich die Frage beantwortet habe, aber es ist der ganz normale Wahnsinn, wie bei jeder anderen Familie auch. Es ist sicher eine Besonderheit, noch ein oder mehr Unternehmen zu führen. Aber ich denke, es ist, oder sagen wir es mal so, für mich persönlich ist das ein sehr erfüllendes Leben, weil mir einfach wichtig ist, meine Kinder aufwachsen zu sehen. Ich kenne auch viele Väter, die morgens das Haus verlassen und dann irgendwie am Abend wiederkommen, völlig geschafft, dann noch eins, zwei, drei Stunden mit den Kids verbringen. Und das war mir einfach zu wenig. Sondern ich wollte einfach auch da sein. Ich wollte einfach, gerade jetzt in dem Alter von der Anna, da kommt ein Zahn, da wird gelaufen, da gibt es das Papa und das Mama. Und das will man miterleben. Also ich will mir das ungern sagen lassen, hey Papa, schön, dass du nach Hause kommst. Wir haben 18 Uhr, weißt du, was heute passiert ist? Und du hörst es dann einfach nur. Also die Berichterstattung alleine, die war mir nicht, das war es mir nicht wert, ehrlich gesagt. Und deswegen war meine Idee auch immer zu sagen, ich will Unternehmer sein. Ich will das selbstbestimmt machen. Ich will die Freiheit haben zu sagen, ich arbeite heute nicht. Und will mich nicht rechtfertigen müssen. Also das war auch damals der Grund, warum ich gesagt habe, ich will aus dem Angestelltenverhältnis raus. Und es ist einfach dieses Beharrliche, ständig dabei und dranbleiben, das ist im Grunde das ganze Geheimnis. Offen zu sein für Kooperationen, für Partner, die mithelfen wollen, mit dem was zusammen machen kann und sich immer wieder rausnehmen. Also dieses, und ich kenne das selber von mir, dieses sich auf etwas so, oder in etwas so festbeißen, blockiert halt dermaßen den kreativen Fluss, dass da einfach nichts Neues passieren kann. und da sich einfach rauszunehmen, eine Runde spazieren zu gehen oder irgendwo hinzufahren, ist wirklich super. Ich hoffe, ihr hattet eine interessante Podcast-Folge heute, wenn ihr denn plant, ein Familienunternehmen zu führen, beziehungsweise eine, also Familie und Berufung miteinander zu verbinden. Das ist eigentlich das Spannende. Und freue mich, wenn ihr weitere Fragen zu diesem Thema habt, beantworte ich die natürlich gern. Wie gesagt, gern per Voice Message in WhatsApp. Dann machen wir den Sack heute hier zu. Ich wünsche euch nur das Beste, bleibt rebellisch und bis bald. Ciao.